I love toys. Toys, 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 I love toys. Ja, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature, Star Wars Folge 606. Heute blicken wir mal wieder auf Rückkehr der Jedi-Ritter zurück, 1983, ne, und widmen uns einem der Hauptcharaktere. Es sind ja, wie sagt man immer so, die großen Fünf. Es war ja eigentlich das eingespielte Team, sind ja eigentlich Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo und Chewbacca natürlich. Wer ist denn dann der Fünfte? The Big Five, das verstehe ich eh nicht, weil es gibt ja noch R2 und 3PO. Wird da einfach einer ausgelassen? Oder zählt dann Lando dazu, seid Jedi? Ich weiß es nicht, heute geht es auf jeden Fall um Han Solo, hier aus Hasbros Vintage Collection von 2023 und zwar ist es die Nummer 281. Das ist hier Endor. Das sieht ja schwer aus, wie gerade hier Einmarsch in den Schutzschild-Generator-Bunker von Endor. Also auch Rückkehr der Jedi-Ritter mit den E-Voxern und so weiter, ne. Sieht ja ganz gut aus, jetzt ein Blaster dabei, so ein Halfter. Das Gesicht finde ich jetzt auch gar nicht schlecht, da gibt es wahrscheinlich wieder ein bisschen Variationen von. Gucken wir uns aber gleich alles aus der Nähe an. Wie immer werde ich das gleich hier aufmachen, die Figur entnehmen und dann gucken wir uns ja alles im Detail an halt, ne. Aber wir gucken vorher nochmal kurz auf die Rückseite, was wir da für Figuren haben. Und zwar haben wir den Hunter aus The Bad Batch. Ja, den könnte man sich auch noch zulegen. Clone Trooper, Phase-2-Armor, Cassian Endor, Aldani Mission, weiß nicht. Tusken Warrior, den werde ich mir auf der nächsten Con, also auf irgendeiner Börse, wenn es den da gibt. Und auch nicht so überteuert ist halt, ne. Ich meine, ich hätte die auch mal gesehen, so für 12 Euro oder so. Auf der, äh, was war denn das? Auf der Power of the Force Con, habe ich aber nicht mitgenommen, ich blöd Mann. Ja, den brauche ich auf jeden Fall noch, den finde ich geil. Die sehen super aus, halt ähnlich wie der, äh, Boba Fett dann auch im Tusken halt, ne. Mit dunklem, äh, dunklem Mantel halt, äh, Gewand und so weiter, super. Aber, ja, Requay, der scheint ja ein Repack zu sein, weil da habe ich den, äh, von vor 4 Jahren oder wann kam der raus? Oder wahrscheinlich noch länger her halt schon, wahrscheinlich vor 10 Jahren oder so, ne. Da gab es ja schon die, äh, Skiff Guards halt, äh, auch auf Karte. Ja, der Han Solo, den halten wir ja jetzt hier in der Hand. Clone Captain Houser, habe ich auch geschenkt bekommen. Viele Grüße und danke. Ja, und Darth Vader, Death Star 2, den habe ich ja auch schon gezeigt halt. Also widmen wir uns jetzt mal hier dem Han Solo. Weiß gar nicht, warum ich mir da nicht zwei von geholt habe, ich, äh, Eierkopf wieder. Also manchmal ist das auch cool, ne. Du denkst ja, du hast zwei davon, ach nee, hast du doch nicht. Aber ich mache den jetzt einfach mal hier auf wieder. Ich sehe schon gar nicht mehr, äh, jetzt habe ich echt unter dem Plastik, äh, geschnitten. Ach, gibt's ja nicht, das ist ja hier alles schon wieder. Die Klinge ist auch gar nicht so toll. Also ich, ach, ich muss da mal eine neue reinsetzen. Mir ist doch mal irgendwann eine abgebrochen auch, ne. Ähm, ich finde, das haben sie mittlerweile auch, ne, farblich besser gelöst, als das vor Jahren war. Ich lasse mal den Zettel hier drin, sonst muss ich wieder so ein Explosionsgeräusch hier reinmachen, wenn ich den wegwerfe. Ich bin ein bisschen schneidfaul im Moment. Ähm, ja, könnt ihr euch einmal hier angucken. Na, das sieht doch schon mal super aus. Dann wollen wir den Herrn auch mal unterknistern aus seinem nicht so ganz Karbonit-mäßigen Block. Guck mal, hier ist auch noch eine Nummer drin. F7311. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. F7311. Das ist mir sonst noch nie aufgefallen in dem Blister, dass da irgendwie was drin ist. Und der hat sogar Schraffur. Der Blitzer, äh, der Blitzer, der Flitzer, Blitzer, Blitzer. Äh, das ist ja krass. Das ist mir noch nie aufgefallen halt, ne. So, komm, ich mach mal direkt den Handtest, den Hahn-Test. Ha, ha, ha. Äh, so, einmal in eine Runde gucken. Aber der sieht super aus. Also, äh, ich sag ja, das sind die Basic-Character, ne. Also, die müssen schon vernünftig aussehen. Und dementsprechend gehen wir jetzt noch ein bisschen näher ins Detail, ne, näher ran. Deswegen habe ich die Brille schon wieder hochgeschoben, weil sonst erkenne ich ja wieder nichts mit meinen alten Okolyten. Und, äh, ja, komm, ran an die Details hier. Okay, so, da haben wir den koreanischen Schmuggler, ne, Hahn-Solo. Und, äh, ja, wie gesagt, hier Gesicht. Das kommt immer geil mit diesen neuen Face-Prints. Also, ich finde, das ist schon sehr, sehr cool, ey. Könnte ja fast hier so ein De-Aging sein halt, ne. Auch die Haare. Das ist mal schön mit der, ich weiß nicht, ist das eine Bemalung? Wahrscheinlich schon, ne. Das sieht so strähnig alles aus. Selbst die Koteletten hier. Kleine Koteletten hat er. Der Hals, ne, geht sogar. Ne, also wir hatten ja schon mal das Problem, dass manche einen sehr dicken Hals haben. Obwohl, es gab ja früher auch hier den Turtle-Neck halt, ne, im Original-Kenner-Hahn-Solo. Da war der auch ein bisschen dicker halt. Und dann gab es noch einen dünneren. Ich bin mal gespannt, ob es hier Variationen gibt. Es sieht fast aus, wenn man die Haare abnehmen könnte. Ne, ist aber nicht, oh. Ihr könnt ja jetzt natürlich nicht sehen, wenn es wieder so unscharf ist. Der Haaransatz hier. Alles super, ne. Kopf lässt sich komplett drehen. Die Weste kann man ihm wahrscheinlich auch ausziehen. Machen wir mal direkt. Na, wir gucken uns erst mal hier an noch. Das sieht super aus. Weil dann, wenn ich ihm jetzt die Weste ausziehe, hier, ne, dann hätten wir ja eigentlich ein, äh, Han Solo Carbonit. Ne, das sieht doch auch super aus. Das kann man ja mal machen. Dann hier schön, guck mal, Hüfte kannst du drehen. Obwohl der Bauch ein bisschen komisch aussieht, aber das geht. Arme auch wieder voll beweglich. Hier, kann ein, ist ja fast, als wenn ein Wookie einem, äh, die Arme auskugeln würde, äh, ausreißen würde. Ellbogengelenk. Natürlich wieder, kann er den Roboter machen hier. So, kkkk, kkkk, kkkk. Hände, ja, auch wieder, ne, ab, kann man abwinkeln. Ein, komplett drehbar. Super, wie gesagt, hier oben dann halt. Gürtel ist auch schön. Kann man leider nicht abnehmen, ist vielleicht aber auch ganz gut so. Ach, guck mal, der ist hier. Ne, ne, das ist ein, ein komplettes Gürtelteil. Was ja hier noch alles drin hat. Vielleicht einen kleinen Thermalsprengsatz. Man weiß es nicht. Patronen hier noch schön angemalt. Das, das kommt geil. Hier der Holz da. Da halt, ne, dazu packen wir uns direkt mal die Waffe an. Was ist es da noch? DLP44? Oder wie heißt das Ding noch? Ich glaube ja, ne? Schaut mal hier, ist schön auch angemalt. Hier mit so Holzgriff mäßig. Äh, vorne der Lauf auch schön versilbert, verkromt. Sieht gut aus, die Waffe. Könnte man eigentlich auch mal ein Special machen. So die Entwicklung der, äh, der, äh, Actionfiguren Waffen. Ne, äh, ja, guck mal hier, weil er kriegt den, ja, Entschuldigung, so könnte er das wieder nicht sehen. Er kriegt den Finger genau in den Abzug rein. Das ist geil. Ne, squeeze the trigger. Ach, jetzt habe ich ihn hier verdreht. Macht ja nix. Man könnte ihm ja jetzt sogar, ach, jetzt habe ich die Weste gar nicht mehr an. Eigentlich ist das ja gar nicht. Machen wir gleich. Äh, hier, ich wollte testen, ob die Knarre da reinpasst, ne? Komm, ich zeige euch nochmal hier, hier auch wieder diese Streifenhose. Mal wissen, da ist eine Pilotenhose dann noch oder so. Oberschenkel hier. Ach, schitte. Warte mal, jetzt mal hier, aber mal was ist denn? Na doch, man kann, man kann hier bewegen, hier bewegen, im Knie und unten natürlich die Füße auch nochmal mit so einem Scheibengelenk, Drehgelenk. Also den kriegst du schon in Position irgendwie. Jetzt überlege ich gerade. Ja, das ist ja, äh, Bild. Warte mal, das müssen wir da hinkriegen, oder? Pass mal auf, er guckt so, er hat so die Hand. Ja, 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 erstmal muss er die Weste anhaben, sonst passt er hier gar nix, ne? Also das ist ja wohl. Und außerdem habe ich gerade gesagt, ich wollte doch mal eben testen. Komm, ich helfe dir beim Anziehen. Ich bin geübt, ich gandert. So. Das haben wir schon mal. Guck mal, dann winkelt er ja den gleich so an. Den arm hat er natürlich wieder hier so, cowboy-like. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Bein wird. Steht da schon, was ist denn hier los jetzt? Ach, ich habe alles verdreht wieder deswegen. Er wird ja schon so ein bisschen breitbeiniger irgendwie stehen halt, ne? So, nach vorne. Das wird doch nix hier. So, wir gucken erst mal, ob die hier reinpasst auch. Das ist ja auch immer interessant halt, ne? Schaut mal. Ja, perfekt. Ne, also das ist gut. Da verbiegt ja nicht der Lauf oder so. Also das kennen wir weitaus schlechter und so weiter. Guck mal, das sieht echt gut aus hier. Das ist wunderbar. Jetzt gebe ich ihm die noch. Ja, wir hätten jetzt auch in der anderen Hand nochmal, aber... Ich finde, so ist das schon gut. Warte, die ist auch so leicht. Ne, ist die gar nicht leicht schräg. Ich weiß nicht, was ich immer sehe. Das gibt es doch gar nicht. Steht da irgendwie so? Das wird doch ja nicht. Da kippt der doch wieder um hier. Das hat sich viel weiter nach vorne gemacht hier. Kann eigentlich nicht wahr sein. Mach doch mal hier. Ja, wie auch immer. Ich glaube, wir gehen einfach zum Schlusswort. Schöne Figur. Na, der bockt sich. Ja, hoffentlich kriege ich da nochmal einen zweiten von. Einen eingepackten dann halt, ne? Ein bisschen anpanscht oder so. Ja, ist egal, wie gesagt. Ich packe die gerne mal aus. Und dann kann man sie hinterher da wieder in den Blister tun. Das ist auch okay. Gar nicht so schlimm. So, in diesem Sinne, auf zum Schlusswort. Ja, nochmal mit Pistole im Halfter. Auch nochmal eben kurz hier eine Runde, ne? Ne, der ist cool. Den kann man ja schön in die Pose bringen und so. Also der gefällt mir echt gut, Alter. Das bockt sich. Wie gesagt, die Hose letztens. Was hatte ich da noch hier? Luke Skywalker. War das Luke? Ne, der darf, ey. Was war denn das für eine Epic Heroes, äh, Epic Hero, äh, doch, Heroes Series. Habe ich da nicht einen Luke gehabt? Oder irgendwas hatte ich doch, der hatte doch auch so eine Hose an wie ein Han Solo hier halt. Ich erinnere mich schon wieder nicht mehr. Mann, 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 ey. Ähm, ja, schöne Figur. Finde ich echt cool. Ähm, wie gesagt, du wirst dir abnehmen hier, dann, äh, hast du auch ein Carbonit, äh, an Solo in Carbonit könntest du ihn nehmen. Ne, aber die Hose finde ich super gut. Also gefällt mir echt, das Gesicht ist echt ein, vor allem wenn man hier so ein bisschen mal so im Schatten guckt, äh, den Kopf so leicht anwinkelt, dann, was weiß ich so. Das ist schon, äh, ein junger Harrison Ford. Ich wollte gerade sagen, und nicht digital verjüngt. Ja, irgendwie ja doch, ne, weil ich glaube, das ist ja, wie gesagt, ich verstehe das immer noch nicht mit diesem Faceprint. Da werden Gesichter drauf gedruckt oder so? Erklär mir das mal bitte, einer. Weil es gibt ja keine Hasbro-Videos halt aus der Fabrik, ne. Wäre das geil hier. Außer damals Bilder aus Amerika und so zwei, drei andere Fernsehberichte, die dann halt Inside Kenner in Ohio Cincinnati waren. Ne, und dann ein bisschen was von der Fertigung gezeigt haben, beziehungsweise vom Verpacken halt und so weiter, ne. Das wäre mal geil, wenn es da mal so richtiges Archivmaterial gäbe. Aber irgendwie, äh, ja, ist uns das nicht gegönnt, ey. Das wäre ja so geil, so eine Kenner-Doku mal irgendwie. Mit den Leuten, die noch leben halt, von den Designern damals, ne, und, äh, Concept Arts und so. Es gibt ja vereinzelte Sachen. Was habe ich denn da? Ich überlege jetzt gerade, weil es gibt doch so ein Video, wo, äh, zwei, drei von den, äh, Produktdesignern von Kenner, äh, zu Wort kommen und die auch noch so ein bisschen Prototype-Zeug zeigen halt, oder, ähm, ja, hier, äh, Link-Sketches halt, so. Was war denn das noch? Ich weiß es nicht mehr, ey. Ich habe das aber auch schon mal, glaube ich, besprochen, oder so. Irgend so eine größere Toy-Doku war das halt. Aber da warte ich auf noch eine. Jetzt warte ich immer noch. Gibt es eigentlich schon demnächst auf VHS? Das war so ein Crowdfounding-Ding halt, auch über hier VHS-Videotheken, Videos sammeln, etc. Äh, ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen, ob das schon draußen ist, oder so. Anderes Thema demnächst mal, ne. Ja, äh, das war der Han Solo, äh, Endor. Auf einer, der heißt gar nichts mit Endor-Outfit oder so, weil das ist ja auch Quatsch. Du bist ja auch noch Jedi Han Solo, halt, ne. Äh, er trägt ja, trägt ja echt dieselben Klamotten, die gleichen Klamotten, äh, die ganze Zeit, ne. Er kommt aus dem Karbonit-Block frei. Oder hat ja einmal was anderes an, äh, in der, äh, Rebellen-Besprechung, bevor sie, äh, mit der Tidarium, äh, Richtung Endor fliegen, halt, um den Bunker zu zerstören. Ich muss mal, ich, hab ich dieses Jahr eigentlich schon doch, zweimal hab ich dieses Jahr schon Rückkehr der Jedi-Ritter geguckt und die anderen Teile auch zweimal. Es wird wieder Zeit, ey, wir sind ja im, äh, mitten im August, äh, das Jahr ist schon wieder fast rum, also da muss mindestens noch drei, viermal, äh, die OT geguckt werden, ne. Dementsprechend schalte ich jetzt mal ab. Ihr könnt ja hier noch weiter gucken auf dem Kanal, ne. Äh, ich guck mir jetzt erstmal nochmal die alten Filme an, weil bei der Hitze, gut, jetzt heute ist Freitag. Ich kann euch gar nicht sagen, wie heute am Freitag das Wetter ist und je nachdem, wann ihr das guckt, ist eh ein anderer Tag. Äh, aber während ich das aufnehme, ist jetzt gerade frühmorgens hier um halb neun, äh, schon irgendwie 26 Grad, in der Bude noch mehr. Und das geht heute noch um 35 Grad und, äh, ich hätte eigentlich ein Tatooine-Video machen sollen, ne. Aber vielleicht gibt's ja sowas nächste Woche, mal gucken. Äh, danke fürs Zugucken, fürs Durchhalten, fürs mich, fürs mich begleiten und, äh, ja. Holt euch ein Eis und, keine Ahnung, wir sehen uns. Ich denke doch, nächste Woche mal gucken, wann die Sommerpause kommt. Irgendwann plötzlich ist hier erstmal Ruhe oder so. Ich weiß es nicht, aber solange es geht, geht es halt, ne. In diesem Sinne gehabt euch wohl, äh, ich bedanke mich und sag Tschüss. Bei ihr haben gesagt. Es ist sinnlos, Widerstand zu lassen. Es gibt kein Entkommen.